Hey, Blum! Wieso höre ich mich selbst? Jetzt nicht mehr. Sehr schön. Ja, Lilo & Stitch für den guten alten Gameboy Advance. Kann man ja da unten schön lesen. Gespielt, original, ja. Auf meinem Nintendo Gamecube, auf dem Gameboy Player. Da freue ich mich drauf. Und ich liebe ja Lilo & Stitch. Ich habe die Serie gesehen. Ich habe die Filme gesehen. Außer so scheint mir den dritten, was ich jetzt im Chat vorhin mitbekommen habe. Ich glaube, der fehlt mir. Aber ansonsten habe ich das alles gesehen. Und ich möchte unbedingt noch einen Lilo Jump... Lilo, ja, ja, klar. Ein Stitch-Jumpsuit. Das wäre mega. Ja, eigentlich wollte ich das auch erst let's playen, wenn ich den Jumpsuit habe. Das wäre viel passender gewesen. Das wäre geil gewesen. Na ja, schade. Spiel starten. Das ist auch mit Passwortsystem tatsächlich. Das ist auch ganz witzig. Oh, und übrigens, ich habe das Spiel schon angespielt. Ich bin nie über das erste Level hinausgekommen, weil das scheiße schwer ist, das Spiel. Das ist tatsächlich voll schwer. Ja, deswegen werden wir vielleicht tendenziell ein bisschen cheaten, habe ich gehört. Was? Einfach, damit wir auch mal vorankommen. Sonst stecken wir 100 Tage beim ersten... Das ist wirklich schwer. Jetzt mal ohne Scheiß. So, pass mal auf. Wir werden... Weil ich möchte das einfach gemütlich mit euch durchspielen. Und ich möchte nicht wirklich 100 Jahre an einer Stelle feststecken. Schwerer als Super Mario Bros. 3. Ja. Würde ich fast sagen, ja. Ähm. Ja. Kennst du Yuma und Stitch? Ich glaube nicht. Tatsächlich. So, wie war das denn jetzt nochmal? Ich verhause bestimmt und dann ist das so. Was ist denn hier Select nochmal? Ich drücke mal Y und X oder nur Y? Ich drücke mal so. Man drückt die rechte Schulter-Taste, Select und Start, oder? Gucken wir doch mal. So. Ach so, oh. Ich glaube, das Spiel ist tatsächlich eine Fortsetzung vom ersten Film. Wenn ich mich nicht irre. Da habe ich, glaube ich, was gelesen. Dass das gleich da anschließt. Hey, wo bringst du mich hin? Lass mich los! Stitch-Hilfe! Oh. Ja, mal sehen, ob ich überhaupt die Stitch-Stimme noch kann. Ja! Tatsächlich, der Cheat hat funktioniert. Wenn wir oben links gucken, wir haben 99 Leben. Ja, statt die normalen 3 Leben haben wir 99 Leben. Das Ding ist, es speichert ja nicht. Es ist ja ein Passwort-System, das Spiel. Und wenn du Game Over bist, musst du halt alles von vorne machen. Und ich finde das erste Level schon so scheiße schwer. Ja, ich bin durch ein Passwort-System einfach ins zweite Level gekommen. Ähm, das sehen wir dann aber noch. Aber es ist wirklich nicht einfach. Deswegen, und da ich wirklich das einfach gemütlich mit euch durchspielen möchte, müssen die 99 Leben sein. Es tut mir sehr leid. Reichen für Gekko wahrscheinlich nicht mal. Wir werden sehen. Huch, da fängt es schon an. Und wir haben einen Lebensbalken oben, das blaue. Wir haben gerade ein Leben verloren. Danke auch dafür. So, wir können schießen! Und diese Ananas-Buttons, Dinger, das sind Ananas-Granaten. Voll lustig. Ähm, ja, dann gehen wir hier einfach mal durch. Das sieht für Game Over Advance auch total toll aus. Wow! Ja, geil, wir sind... Aha, hallo. Hallo! Oh Gott. Das ist toll, wir haben keine Leben mehr. Eintreffer und ich bin tot. Das ist toll! Das fängt schon sehr gut an. Scheiße. Ist das ein Jump'n'Run? Das ist ein Jump'n'Run, ja. Das Ortefantenspiel. Was? Mich erinnert das Spiel eher an... HUAH! Affen! Überall! Das hier ist übrigens das Heilt-Uns, ne? Wow! Toll. Mich erinnert es eher an... Wie hieß es? Ähm... Na, sag's mir! Auch vom Schwierigkeitsgrad ein bisschen. Keine Ahnung, an, an, äh... Metal... Metal Slug? Ist das richtig? Ich glaub schon. Von brutalem Spiel. Äh... Ne, wow! Eher nicht so. Aber das ist geil mit dem Schießen und... Oh mein Gott! Okay, jetzt hier ein bisschen... Oh, ich lass mich auch von jedem Furz treffen! Mein Gott! Das fängt echt super an. Öh! Genau, hier sind auch die Helikopter. Wir können auch schräg scheißen! Boah! Gut! Nicht getroffen. Moment, ein Treffer und wir sind schon down? Das gibt's nicht. Wir sind gerade mal am Anfang, Freunde der Natur. So... Autsch! Tot! Das ist toll! Das ist fantastisch! Ah, okay, cool. So, wir können auch... So von oben schießen und ein bisschen fliegen dadurch. Jetzt haben wir... So ein Dreieck eingesammelt. Das ist so eine Superwaffe. Die macht irgendwie viel mehr Schaden. Aua! Bäh! Bäh! Ich find das Spiel so cute! Es ist so cool! Ja! Und wie Stitch einfach... Das ist so geil! Wie Stitch guckt und alles... Darf ich Gecko jetzt schon kritisieren? Darfst du gerne? Was ist denn los? Metal Slug ist auch extrem cool. Das stimmt. Das macht Spaß. Huch! Oh Gott! Au! Toll! Gehen sie von dannem! So, jetzt... Oh, kommen da unendliche Affen, oder? Kommen da unendliche? Oh, ja, Ananasgranaten. Sehr schön. Ne, kommen nicht. Okay, cool. Schießt ja auch... Ja. Du bist echt scheiße in dem Spiel. Ich weiß. Ja, das ist... Das ist fantastisch, nicht wahr? Obwohl ich das erste... Obwohl ich das erste Level wirklich schon öfters gemacht habe. Ähm... Und da habe ich mich sogar ein bisschen besser angestellt. Aber ja... Jetzt kommt das Stream nochmal dazu. Da ist mir eh ein bisschen mehr abgelenkt. Deswegen, ich brauche die 99 Leben. Ohne Scheiß. So. Hier gibt es auch Geheimnisse zu finden, tatsächlich. Man kann... Bilder sammeln. Aua! Für die Bildergalerie. Ich kotze im Strahl, Mann. Was ist denn das? Geh weg. Oh ja, ein Leben! Weil... Mann! Geh doch... Das Doofe ist, dass wir nicht geduckt schießen können. Das ist... Das ist doof. Und die Gegner schonen. Das ist mega unfair. Hä? Nein, 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 nein. Ich will da hoch. Hä? Äh! Hey, duck dich halt ein bisschen früher. Bitte. Aua. So, jetzt kommen wir hier zu einer ganz tollen Stelle. Uah! Wir müssen jetzt den Kran hier besiegen. Dazu können wir einmal hier ganz rüber gehen. Dann kommt der nämlich rüber. Oder auch nicht. Sonst ist er zu mir ganz rüber gekommen. Was ist denn das für ein Müll jetzt? Umher. Nein! Hä? Was soll denn der Scheiß? Jetzt habe ich halt meine Superbumme nicht mehr. Jetzt dauert es. Kann der ganz rüber? Ja. Oh, so ein Müll. Ja, natürlich. Vor allem, der macht halt zwei Schaden, weißt du? Und bist du wirklich mit zweimal bist du tot. Komm, geh kaputt. Ist mir jetzt egal. Ich bleibe jetzt da stehen. So. Höh! Die Ananas-Granaten machen übrigens auch zwei Schaden. Das ist ganz toll. Warte, wie komme ich denn da nochmal hoch? Ja, durch die Kiste komme ich da hoch. Ich habe die Kiste zerstochen. Ja. Scheiße. Egal. Da ist nämlich das Bild, das erste. Das sieht man da. Naja. Und ein Leben wäre da auch gewesen. Naja. Boah, wie ich einfach immer überall reinrenne. Das sind irgendwie die behindersten Gegner. Diese scheiß Ananas-Granaten. Mann, Mann, Mann. Oha. Ja, treff mich. Okay. Uh. Nein. Das wird ein schönes Let's Play. Ich sehe es kommen. Wir spielen aber nicht nur Stitch in dem Spiel. Wir dürfen später auch Lilo spielen. Und da freue ich mich auch drauf. Also erstmal hier alle weg. Juh, 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 juh. Ein bisschen fliegen. Oh. Okay. Mensch, das ist doch zum Katzen hier. Hallo. Was passiert hier? Ich bin tot. Was geschehen hier für Dinge? Aua. Jo. Als ob ich die Kiste nicht kriege. Aber ich bin eh voll. Jetzt nicht mehr. Nein, wieso trefft ihr mich alle hunderttausend Mal? Ich bin nicht gut darin in diesem Spiel. Alte Spiele sind so schwer, aber machen Spaß. Nee, 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 nee. Für mich sehen die aus wie Erdnüsse. Was genau? Die Ananas-Dinger? Stitch ist meine Lieblings-Kingdom-Hearts-Beschwörung. Danke für den Spoiler. Geil. Aua, tot. Geh weg. Kingdom Hearts ist geil. Möchte ich auch noch spielen? Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie streamen werde. Aber ich möchte es auf jeden Fall noch spielen, ja. Wieso habe ich keine Ananas-Bomben mehr? Oh, ich habe zuerst geschossen. Das wird fantastisch. Ich wäre schon tausend Mal Game Over gegangen. Das ist so gut, dass ich so viele Leben habe. Ohne Witz. Was? Auch wenn es so aussieht, als hätte Stitch zwei Kauknochen in der Hand. Was? Affen! Überall! Ich muss sowieso die Tür aufballern. Ah, Vorsicht! Nein, tot! Diese scheiß Affen überall! So, jetzt sind wir endlich draußen. Noni! Verdammte Axt. Einfach ballern, einfach schießen, einfach schießen, einfach ballern. Warum rennt der nur rum? Wo ist der Heli hin? Was zur Hölle? Autsch! Nein! Warum springe ich immer in die Schüsse rein? Mann, ich wollte das so schön timen. Kacke. Ah ja, der Heli. Ich weiß, auf dem Felsen sind wir sicher. Gut. Okay. Oh Gott. So. Mhm. Sehr schlimm. Na, wo seid ihr? Uh! Oh Gott. Hey, wieso hat er mich getroffen? Was? Okay, scheiße. Wenn du das spielen willst, musst du dir davor durchlesen, was du an den Soundtracks abspielen darfst, was nicht. Oh, okay. Ja, da sind nämlich, da sind richtige Soundtracks drin. Das ist richtig, da muss man aufpassen. Das ist richtig, vor allem im Intro eigentlich schon. Da wirst du ja direkt schon auf YouTube-Back gesperrt auch. Ja, das ist so eine Sache. Dann streame ich es wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Ist eigentlich... Ich weiß es nicht. Es sind sowieso lange Rollenspiele. Die lange gehen. Ich weiß es nicht. Und wenn sowas noch dazu kommt, dann ist das richtig bescheuert. Dann lasse ich es vielleicht tatsächlich sein. Okay, okay, okay. Ich bin tot. Das ist ja mal was ganz Neues. Stitch! Tu etwas! Nein! Ja! Also für ein Game of Advance-Spiel finde ich das total hübsch, ehrlich gesagt. Oh! Geh weg! Oh nein! Wieso lebst du noch? 50 Milliarden Helikopter! Ja, die Story von Lilo und Stitch, die hat man mitbekommen, ne? Lilo wurde entführt. Und wir müssen sie retten. Mehr ist das eigentlich auch gar nicht. Oh! Wow! Aha! Ananas-Bumbe. Äh. Ähm. Ähm. Steinrammler vom Dienst. Hallo. Gott. Ballert doch irgendwie irgendwas. Oh, Kacke. Mir gehen die so aus den Sack! Ich hab mit eurer scheiß Ananas! Hm! Aua. Miep, miep. Nein! Ich glaub, so schwer ist es vielleicht nicht, das Spiel. Ich bin nur einfach zu dumm. Ui! Okay. Oh mein Gott. Oh, jetzt kommt ihr wieder daher. Nee, nee, nee. Gut. Hey, wieso bin ich jetzt gestorben? Oh Mann! Gut. Es ist trotzdem nicht so einfach, wie es vielleicht aussehen mag. Gut. Was? 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 Wieso? Warum sind die jetzt nicht draufgegangen? Aber ich geh drauf bei der Ananas-Bombe, die schon explodiert ist. Geh ich trotzdem noch drauf. Das ist ja fantastisch. Oh, oh. Aua. Oh nein, wir haben... Oh Gott, der Boss. Hey, du... Oh, das ist Stitch. Oh Gott. Krieg ich jetzt Stitchs Stimme hin? Nein, hä? Zu spät, Knipp. Sie ist schon im Mutterschiff und ich sorge dafür, dass du ihr nicht folgst. Nein, Stitch, pass auf, dass du keinem weh tust. Und dann wird der Lilo zurückholen. Irgendwie so. Das war keine gute Stitch-Stimme, glaube ich. Das blättert ja von alleine. Ich dachte, man muss A drücken. Das ist auch ein ganz... Der Boss ist mies. Guck mal, wir kriegen sogar Damage, obwohl wir springen. Ich verstehe es nicht. Und das sind Elektroschocks. Da kriegen wir auch Damage. Wir kriegen von jedem Scheiß Damage. Egal, was er macht. Das ist ganz... Nein, okay. Okay. Oh. Nein. Ich treffe nicht. Oh Gott, nein. Oh, ich bin doch gesprungen. Das ist kein einfaches Spiel. Oh. Mist. Ja, da war er gerade... Ja. Ups. Ah, Mist. Ich... Das ist fantastisch. Concentration, Leute. Warum kriege ich da Damage? Wieso kriege ich da Damage? Aha. Noch früher springen. Warum bin ich jetzt gestorben? Manchmal kriegt man Damage wegen gar nichts. Ich verstehe es nicht. Manchmal kriegen wir Damage, wenn wir ihn einfach nur berühren. Ich... Hä? Das ist manchmal so undurchsichtig, wenn wir Damage kriegen. Und das macht das Spiel einfach auch so schwer. Jetzt bin ich wieder gestorben. Das ergibt keinen Sinn. Ich ballere dir einfach ins Gesicht. Okay, das geht nicht. Wir müssen uns bewegen. Geschafft. Irgendwie. Du hast gerade einen Film freigeschaltet. Yay. Boah, ey. Das ist echt... Boah. Oh, tschüss, die Dumpfbacke. Jetzt kann Stitch Lilo suchen. Hm. Ich kann dieses Raum schon fliegen. Es ist perfekt für Stitch. Hab keine Angst, Lilo. Stitch rettet seine Familie immer. Yay. Ananas-Granaten 300. Null von acht... Acht Bilder? Wo sollen da acht Bilder versteckt sein? Was zur Hölle? Alter Schwede.